Hallo, mein Name ist Axel Möller, ich bin Auktionator und Filatilist beim Auktionshaus Ulrich Felsmann in Düsseldorf. Seit 1983 beschäftige ich mich beruflich mit der Briefmarkenkunde. Wir versteigern Briefmarken und Münzen im Kundenauftrag und das international und weltweit. Wenn auch Sie eine Sammlung haben mit Briefmarken und möchten gerne wissen, wie viel diese Sammlung wert ist, dann schicken Sie uns einfach ein paar Fotos davon per WhatsApp oder per E-Mail. Wie das genau funktioniert, erkläre ich Ihnen gleich. Wichtig für uns ist zu sehen, wie umfangreich Ihre Sammlung ist. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele, wie Sie die Sammlung am sinnvollsten aufnehmen können. Wenn diese Sammlung, die Ihnen vorliegt, in etwa vom Umfang her dem entspricht, was jetzt hier auf dem Tisch liegt, legen Sie diese so hin, machen Sie ein Foto davon. Wenn die Sammlung insgesamt bis maximal ungefähr zehn Alben enthält, dann können Sie auch die Alben aufmachen und aus jedem Alben die ersten zwei, drei Seiten seitenweise abfotografieren. Das Ganze schicken Sie uns dann einfach, wie gesagt, via WhatsApp oder via E-Mail zu, in dem Fall. Wenn die Sammlung etwas umfangreicher sein sollte, zum Beispiel in einem Karton brennt, machen Sie den Karton auf, knipsen Sie einmal von oben hinein und wenn es auch hier sich um 10, 15 einhandelt. Nehmen Sie ein paar Alben davon heraus, beispielhaft, nehmt Ihr Handy, knipsen Sie zwei, drei Seiten aus jedem Album seitenweise einfach ab, klack, natürlich nur die Seiten, wo Briefwachen drauf sind und schicken Sie uns diese Fotos einfach zu. So leicht geht's. Und wenn Ihre Sammlung noch etwas umfangreicher sein sollte, so wie in diesem Beispiel hier, ein halbes Regal oder ein ganzes Regal voll, dann machen Sie bitte ein Gesamtfoto von allem und fotografieren anschließend reinweise die Alben jeweils einmal ab. Wichtig ist das für uns, weil die meisten Alben immer beschriftet sind und Länderbezeichnungen oder sonstige Bezeichnungen draufstehen haben, damit wir diese auf dem Foto erkennen können. In dem Fall werden das vier Fotos einfach per WhatsApp schicken. Sie kriegen Feedback von uns, wie es dann anschließend weitergeht. Ein letztes Beispiel habe ich noch. Wenn Ihre Sammlung XXL Format hat und sich für mehrere Schränke hinzieht, machen Sie pro Schrank einfach ein Foto, schicken Sie uns diese Fotos einfach per WhatsApp rüber. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen und mit Ihnen einen Hausbesuch vereinbaren. Das waren jetzt ein paar Beispielfotos für verschiedene Sammlungsobjekte. Fotografieren Sie Ihre Sammlung, schicken Sie die Fotos per WhatsApp an die 0162 265 2226 und Sie erhalten im Regelfall innerhalb von 24 Stunden eine Bewertung und Einschätzung Ihrer Sammlung. Wir freuen uns auf Ihre Fotos und wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.